Willkommens zu einer neuen Anführung von der Spie-Weltmann-Arkham-900%-Bahn. Bei den Challenge-Karten sind wir angelangt. Bevor wir die starten, schauen wir mal, ob wir Nightwing auch ein neues Kostümchen verbarten können. Ähm, ja, geht sogar. Wenn wir den Original-Arkhamis gehen. Der sieht fettig aus aus. Gut, dann stürzen wir uns weiter in die Kampfkarte. Nightwing ist dran. Wisst ihr, ich würde die ja fertig spielen, aber dann wird es ewig dauern. Als Asset-Player ist man ja auch so ein bisschen mal auf Dauer angewiesen, irgendwann mal auch ein Projekt zu Ende zu bringen. Und, ähm, das wäre vielleicht mal was für ein Streaming dann. Äh, dass ich mal gucke, welche Rekorde ich eigentlich überhaupt schaffen würde. Aber ich will dir noch alle anderen Warten zeigen. Und wie ich finde, im Vergleich zu anderen Akkenspielen haben sie es ja ein bisschen übertrieben, denn ich muss haben. Hm, wo wolltest du nicht beherren halten? Ah, und hier kommen welche mit Schildern, das ist doch nicht so schön. Ey! Guck mal, was du schon mal hast und du hast keine Ruhe drin. Was? Was? Ey! Ist manchmal Mist. Ich lass dich auf. Mach auf! Wenn dann geht das auch gerade nur so. Das war nochmal, weil ich den nicht will. Ah! Gut nicht schlecht. Schockierend oder? Ey! Haben wir innerlich. Nee, es ist nicht von dort, nun sind wir schon da. Ich frage, nein. Du bist so geil, finde ich. Stop it. Ich schneide dir dein hübsches Gesicht. Nein, wait. Im Gegensatz zu... Lass mich los. Auf jeden Fall. Das ist nicht möglich. Ich bin ein bisschen von hier. Nein! Im Gegensatz zu Atom City. Das wird nun bei dieser Kombo gehen nicht zu davor, aber wenn ich mich nicht in der Vorstellung lässt, werden wir auch Schilder oder Elektro-Konflikation anbieten. Voll zu. Ja, das wäre es gut. Das ist eine gute Möglichkeit, die die Eintracht zu erreichen. Das wird dann noch nicht mit dem Erschung kommen. Das ist das eine gute Idee! Ich bin so ein Kondak. Das ist die Idee. Das ist das eine gute Idee. Das ist die Idee. eigentlich vollständig ein Album aber der Plinge ist nämlich außer dass wir Platz legen gar nichts also mal ab, ich hab den anderen gewählt, was soll denn das? was wieso weil meine Kompo dann nicht passt ich hab ja eh gleich hier voller die Punkte erreicht warum mach ich das? ich will die andere gerade zurück nein nein mal wieder besiegt ich muss meine Kompo werden, da brauchen wir ab, 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 ab ok jetzt bin ich fertig das kann sehr schuldigen nur soll ich da bei deiner Mutter ey ok oh komm auf schieß 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 nur ich bin mit dem schatz ich bin mit dem 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 im Gesicht schneiden Nightwing du wirst leiden fantastisch ja es hat die Maske gemacht zu beenden ja ey ich bin mit dem